Hallo und willkommen zum Wiki-Tutorial. Hier werden wir Ihnen zeigen, wie Sie eine Wiki-Seite erstellen und bearbeiten. Da das der erste Teil ist, hier eine Übersicht über die nächsten Themen. Zuerst wird es um eine Benutzerseite erstellen und diese zu bearbeiten gehen. Dabei gehe ich auf Titel und Inhaltsverzeichnis ein. Danach geht es um Auflistungen, danach um Links und Bilder und zuletzt um Tabellen. Kommen wir erstmal zu Benutzerkonto, Überschriften und Inhaltsverzeichnis. Wir haben hier zu Vorführungszwecken ein eigenes Wiki angelegt, sprich eine Wiki auf einen Server aufgespielt und installiert. Wollen wir hier also erstmal unser Benutzerkonto anlegen, müssen wir folgende Schritte beachten. Wir klicken zuerst rechts oben auf Benutzerkonto anlegen und füllen als nächstes dieses Formular aus. Wir nennen diesen Benutzer Daria, geben ein beliebiges Passwort ein und eine E-Mail-Adresse sparen wir uns. Mit dem Klick auf diesen Button werden wir willkommen geheißen und wir können sogleich auch unsere eigene Seite bearbeiten. Hier sehen wir unser Benutzerkonto. Das ist unsere eigene Seite. Um sie zu bearbeiten, klicken wir auf diesen Dialog auf den Link bearbeiten. Das hier ist unsere Bearbeitungsoberfläche. Alles, was wir hier reinschreiben, wird dann, wenn wir die Seite gespeichert haben, auf der Hauptseite angezeigt. Wir können hier Text einfügen, wie hier zum Beispiel einen kurzen Einführungstext und wir können Titel kennzeichnen. Das tun wir, indem wir vor und nach dem erwünschten Titel zwei Istgleichzeichen schreiben. Unter diesem Titel fügen wir wieder etwas Text ein und wenn wir jetzt auf Vorschau anzeigen oder Vorschau zeigen klicken, können wir sehen, noch während wir die Benutzeroberfläche sehen oder Bearbeitungsoberfläche sehen, uns anschauen, wie das Eingetragene später aussehen wird auf der Seite. Wenn wir auf Seite speichern gehen, werden wir auch direkt zur Seite gebracht und wir sehen hier, dass unter Benutzer Daria der Einführungstext steht, darunter unser erster Titel und darunter nochmal der weitere Text. Wir können nun weitere Titel einfügen, wie zum Beispiel Partner. Darunter wieder ein Text. Das läuft ein bisschen schneller ab und darunter, unter Partner, wollen wir verschiedene Unterüberschriften hinschreiben. Um eine Hierarchieebene runterzugehen, fügen wir einfach hinten und vorne noch ein weiteres Istgleichzeichen ein. Wenn wir jetzt gleich noch die Seite speichern, können wir sehen, dass sich die Unterüberschriften richtig platziert haben, und dass sich oben direkt unter dem Einführungstext ein Inhaltsverzeichnis erstellt hat. Das geschieht ganz automatisch. Mit den Istgleichzeichen vor und hinter den Überschriften können wir entscheiden, wie wir unser Inhaltsverzeichnis gliedern. Wie wir sehen können, kann man auch die einzelnen Überschriften bearbeiten. Hier haben wir die Ansicht, bei unserer ersten Überschrift das Bearbeitungspanel zu öffnen. Bei größeren Projekten oder auf größeren Seiten mit vielen, vielen Überschriften dient das der Übersicht. Genauso die Übersicht Änderungen anzeigen, die wir hier sehen können. Wir speichern dann heute die Seite und fügen vielleicht noch etwas Informationen in den anderen Überschriften ein. Alles nach dem gleichen Schema. Sie können in der Zeit ja auch mal ausprobieren, ob Sie, wenn Sie ein Wiki zur Verfügung haben, Ihre Seite mit dem Neuerlernten etwas zu bearbeiten, ein bisschen Text einzufügen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.